Hallo, Basti, Fantasti on Tour. Heute sind wir hier am Dresden, am blauen Wunder. Im Hintergrund seht ihr das wunderschöne blaue Wunder zu Dresden. Und auf der Elbe seht ihr einsame Ruderer, der sich hier einen abquält oder eine abquält. Das sind Ruderer. Und ich habe mir hier inspirieren lassen, mit dem tollen Wetter, was es heute hier am blauen Wunder gibt, mit den tollen Temperaturen, habe ich mich mit meiner Redaktion inspirieren lassen. Denn wir haben uns entschlossen, Basti, Fantast und natürlich seine Redaktion, such den besten Witz des Jahres 2016. Und ihr könnt alle mitmachen. Wie das geht, erzähle ich euch gleich. Denn wir suchen den besten Witz und ich habe mit meiner Redaktion richtig geniale Witze rausgesucht. Ich erzähle euch mal ein, das sind schon ein paar, die haben schon ein bisschen Biss, die Witze. Zum Beispiel ist ein Witz, der schon ein bisschen sehr, sehr bissig. Zum Beispiel eine Frage. Ja, ist jetzt ein Witz, passt auf. Was ist klein, braun und riecht nach Karamell? Ein Zuckerkranker, der vom Blitz getroffen worden ist. Witzig, genau. Also, es wäre auch machbar, solche Witze. Aber es muss noch was Besseres kommen, meine Freunde. Ja, es muss noch was Besseres kommen. Zum Beispiel hier. Auch der Witz könnte eine Chance haben zum Prämieren. Du, Obi, warum hast du eigentlich keine Lebensversicherung? Ach, damit ihr auch schön traurig seid, wenn ich mal sterben sollte. Ha, 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 ha. Ja, solche Witze können ihr natürlich einschicken. Und wie ihr das einschicken, ganz einfach, ihr geht auf meinen YouTube-Kanal, natürlich, wo ihr jetzt das Video seht oder was. Und gebt unten in die Kommentare das Video ein. Dann seid ihr bei den Witzen dabei. Und die besten drei Witze werden natürlich von meiner Redaktion und von meiner Wenigkeit prämiert. Und es gibt auch ein schönes Präsent. Das ist noch eine Überraschung, aber das schauen wir mal selber. So, und jetzt werde ich mich noch inspirieren lassen von dem schönen Wetter und von dem blauen Wunder. Und dann gibt es natürlich auch ein erotisches Basti-Fantasti-Lied, wie immer. Ihr kennt mich nicht, oh, nie ein Lied. Ha, ha, ihr kennt mich nicht, gibt es wieder ein Basti-Fantasti-Lied. Und das Lied widme ich dieses Mal den Wunder, 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 wunderschönen blauen Wunder zu Dresden. Aufpassen, Konzentration und los geht's. Aufpassen, ich stehe an der Elbe, im Hintergrund eine Brücke, die Brücke nennt sich, oh, blaues Wunder. Oh, blaues Wunder, oh, blaues Wunder. Applauswunder, 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 Applauswunder zu dresden. So eine Inspiration habe ich vom blauen Wunder natürlich. Und jetzt sehen wir schon wieder auf der Elbe, jetzt muss man meine Redaktion hindrehen, auf die Elbe. Ihr seht die Ruderer. Ja, das schaffst du. Die sind noch ganz weit hinten. Die sind noch ganz weit hinten. Ja, doch, die holen aber auf. Der holt jetzt gleich auf, jetzt aufpassen. Jetzt kommt die nach, ja. Ja, na los, schneller, schneller. Ja. Das schafft ihr. Nicht mehr weit bis Rostock. Ja, so sind wir. Basti Fantaski inspiriert die Leute und möchte, dass die Leute natürlich auch mitmachen. So, also alle mitmachen bei meinem YouTube-Kanal, Witze 1 sein und mit dabei sein. Und dann sage ich nur noch, Basti Fantaski, ja, 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 da wäre ich bekloppt oder was? Hehehehe. Ja, ja, ja. Ja, ja.